Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Neumünster. Innenstadt. Etwa 30 Personen von unterschiedlichen Organisationen haben an die Verstorbenen durch Corona erinnert. Sie zündeten vor der Gegendemonstration gegen die Montagsspaziergänge 47 Kerzen auf der Rathausstreppe an. Die Zahl entspricht der Toten durch das SARS-CoV-Virus. Bei den anschließenden Spaziergängen kam es laut Polizei vereinzelt zu Rangeleien. In Bordesholm gab es 52 Montagsspaziergänger und keine Gegendemonstranten. Böckler-Siedlung. KFC kommt nach Neumünster. Die Fastfood-Kette wird noch in der ersten Hälfte 2022 eine Filiale mit Drive-Thru an der Wasbeker Straße 334 eröffnen. Dort war bisher die Tankstelle von Real. Das Warenhaus hatte jedoch 2019 seine Türen im Fesen Center geschlossen. Im Anschluss wurde das Center komplett umgebaut und renoviert. Das Restaurant von Kentucky Fried Chicken soll etwa 333 Quadratmeter groß werden. Der Bau hat im Spätherbst 2021 begonnen und ist bereits weit fortgeschritten. Ob es eine Filiale der neuen Generation mit Bestellautomaten, Holzstühlen und Fotos des Gründers Colonel Sanders wird, ist noch nicht bekannt. Bisher gibt es die Fastfood-Unternehmen McDonalds, Burger King, Kochlöffel, Five Guys und Frittenwerk. Stadtgebiet. Wer von Corona genesen ist, braucht kein amtliches Schreiben des Gesundheitsamtes mehr, um sich in Apotheken in Neumünster einen genesenen Nachweis abzuholen. Darauf weist die Stadt hin. Demnach reicht für die Ausstellung des Nachweises jetzt die Vorlage eines positiven PCR-Testergebnisses. Der Status als genesene Person gilt dann ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach dem ersten positiven Corona-PCR-Test. Die Belastung der Gesundheitsämter sei derzeit sehr hoch, daher sei man froh und erleichtert, diese Aufgabe nun nicht mehr machen zu müssen, so die Stadt. Falderer. Ein Investor will auf dem ehemaligen Kreinsengelände an der Eendorfer Straße fünf Mehrfamilienhäuser bauen. Unter dem Titel Eendorfer Höfe sind die neuen Wohnungen geplant, hieß es im Stadtteilbeirat. Ein Gutachten soll zunächst klären, welche Altlasten im Boden sind. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 45 und 120 Quadratmetern. Dort soll mehr Generationen wohnen ermöglicht werden, die Gebäude erhalten Aufzüge und sind barrierefrei. Auch Tiefgaragen sind vorgesehen. Einzugsbereit sein sollen die Wohnungen im Frühjahr 2024. Wittorf. Anwohner zeigten sich entsetzt, doch das technische Betriebszentrum hat im Igelpark in Wittorf umfangreiche Pflegearbeiten umgesetzt. Zahlreiche Bäume wurden gefällt, Büsche und Sträucher entfernt. Jahrelang war der Park zu wenig gepflegt worden. Erlaubt ist das Fällen von Bäumen von Oktober bis einschließlich Februar. In den übrigen Monaten ist es laut Bundesnaturschutzgesetz verboten. Das gilt auch in Gemeinden, die keine Baumschutzsatzung verabschiedet haben. Dies soll dafür sorgen, dass brütende Vögel ihren Nachwuchs ungestört aufziehen können. Einfeld. Zwei Personen wurden am Sonnabendvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Rendsburger Straße verletzt. Laut Polizei war ein VW-Transporter auf dem Autobahnzubringer zur A7 auf einen Traktor samt angehängtem landwirtschaftlichen Gerät aufgefahren. Der Kleintransporter kam dabei von der Fahrbahn ab und landete auf der linken Fahrspur auf seiner Fahrerseite. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die L 328 war in Richtung Autobahn rund eine Stunde vollgesperrt. Das waren die Nachrichten aus Neumünster. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.